Ich mach mir gerade Opfer zu Ende und da ist jetzt ein Stützen gerade verboten. Einen wunderschönen guten Morgen aus den Hallermauern, liebe Leute. Wie ihr es an meinem Outfit seht, bin ich nicht nur für Skitour da, sondern auch für Filmaufnahmen. Wir machen nämlich einen richtig coolen, einmaligen Film, der später mal am Kanal erscheinen wird, wer das nicht verpassen will, am besten gleich mal die graue Glocken aktivieren und den Kanal abonnieren, dann verpasst es den nicht. Und ansonsten machen wir einen richtigen Klassiker da in den Hallermauern, hinten oben die Kreuzmauer, ziemlich steile Partie. Ich bin mit zwei Bergführern da, einmal da vorne seht ihr nicht, der Robert und der Paul Sodamin, der ist mit dem Chris hinter dem Buckel. In dem Sinn, ganz viel Spaß, kommt ihr mit bei dieser Tour. Die Katakomben. Pauli erzähl, was auch immer gehört. Hallo Robert. Ja. Es ist voll in Ordnung. Wir sind heute bei uns daheim, bei mir daheim in die Hallermauern. Im Gseiß ist da draußen. Und das ist einer der rassigsten Touren in die Hallermauern, die Kreuzmauer. Ich habe es gesehen, der Einstieg unten steil und fast weglos. Und da oben der Aufbau Alpin. Schauen wir, wie es weiter geht. Und wir haben eine rassige Fino gefahren. Geh Robert. Danke. Pulver Pauli, heute im Viren. Heute haben wir den Viren Pauli. Passt perfekt. Den Viren Pauli haben wir heute. Heute stimmt nicht der Ski. Da hoff ich jetzt. Heute. Oh, ich mache es schon im Viren heute. Das ist beim Viren Pauli auf die Schreiber. Ja, passt. Steiler Rekorder jetzt herauf. Da und nachher wird es da links rausgehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das Geräne läuft immer mehr auf. Da sind wir jetzt hinter dem Schiebebogen. Über 2000 m. Da ist es jetzt drin, das ist mir nur liegen. Ich habe gesaßt. Gewalt, Dick. Keiserjäger-Geschichte, gell? Wo werden wir ab und da sind? Ja, ein Traum. Ein Traum. Ein Traum, sage ich. Ich bin auf dem Stall, sowohl die anderen. Ich bin auf dem Stall, der so recht gut erledigt. Ich bin auf dem Stall. Ein Traum. Alles klar? Angelegenheiten werden bald gestdı. Ich bin auf dem Stall, der schweizig schweizt. Ich habe die Infobox in der Gel. Ich hatte es ein Herz, das war für den Zuck. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, der Kerl von der Kreuzmauer, da unten fährt der Robert schon dahin. Ich mache mir gerade Abfahrtsweide und da ist jetzt ein Stürzen gerade verboten. Ziemlich steil, unten ein Absturzgeländer. Das war's. 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 epat. Untertitelung. BR 2018 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 Ciao.